Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Theon und das ist mein neues Werbe-Let's Play. Für Leute, die das noch nicht kennen, ich mache Werbung für Let's Plays, die ich mal machen will. Aber dazu suche ich erst Leute, die sich das auch gerne angucken würden. Also ich werde es jetzt nicht spielen, ich wollte euch nur zeigen, dass ich das Spiel besitze. Ich besitze sogar alle drei Titel davon und ich bin auch ziemlich gut in dem Spiel. Aber, ja, es haben schon sehr viele Leute Let's Played und man weiß ja nicht, vielleicht wollen das noch ein paar Leute sehen, vielleicht kennen das noch nicht oder mögen es einfach. Und, ja, wenn ihr es wollt, wenn ihr von mir erwartet, Theon, mach in den nächsten Tagen, fang an, Mass Effect, Let's Play es. Dann schreibt mir Kommentare, liked, ihr könnt auch auf meine Facebook-Seite oder YouTube. Ich habe bereits angefangen mit einem Let's Played, Sam & Max Season 1. Ich muss euch da vorwarnen, die ersten beiden Parts habe ich total verunzt. Und, äh, ich bin auch erst bei Part 4. Also, was heißt für uns denn? Meine Stimme ist kaum zu hören. Also ich hatte das Spiel viel zu laut und habe auch vergessen, ähm, ja, nachzuprüfen. Also bitte darüber nachsicht. Ich bin auch noch nicht besonders lange dabei, ich Let's Play auch erst seit zwei, drei Tagen. Und, äh, würde mich freuen, wenn ihr mir konstruktive Kritik gebt. Wollt ihr Mass Effect? Wollt ihr Sam & Max? Sagt mir Bescheid. Ich gebe's euch. Euer Theon. Wollt ihr Sam & Max?